einen wunderschönen guten morgen zu unseren handelsideen vom donnerstag im cable wir schauen auf den kakaran und wir blicken ins währungspaar britischer fund japanischer yen damit öffne ich die tür für das trading meinerseits im heutigen handelstag wir gucken gleich in die charts ludger einen schönen guten morgen und von meiner seite her wieder allen den kleinen hinweis an dieser stelle wer eine frage hat einen wunsch hat analysiert haben möchten das machen wir hier immer wieder gern bitte einfach in den entsprechenden feldern hier auf facebook oder auch auf go to webinar einfach die kürzel hinterlassen und dann blicke ich auch gleich rein bevor wir in unsere heutigen handelsideen reinschauen selbstverständlich bitte ich wieder den risikohinweis an dieser stelle in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen die weiteren dinge sind zum lesen auch mit da schauen wir in die vorbereitung für den heutigen handelstag da gibt es wie immer nachrichten und wir wissen ja christian guten morgen wir wissen ja dass nachrichten häufig impact auf die märkte haben und die kurse deutlich bewegen können das heißt heute gibt es eine relativ lange liste von nachrichten von der seite her können wir hier auf die wichtigsten mal zuerst blicken das sind um 9.30 Uhr den einkaufsmanagerindex für das verarbeitende gewerbe hier bei uns in deutschland um 13.30 Uhr veröffentlicht die europäische zentralbank den bericht des geldpolitischen treffens um 14.30 Uhr gibt es dann aus den usa nachrichten um den auftragseingang für langlebige güter wir bekommen den fellifed herstellungsindex und wir bekommen um 16 Uhr die informationen zu den verkäufen bestehende häuser gefolgt um 17 Uhr heute das ist eine etwas andere zeit als sonst die rohöl lagerbestände die kommen ja immer sonst am mittwoch um 16.30 Uhr aber wir hatten montag in den usa feiertag deswegen hat sich das ganze alles etwas nach hinten mit verschoben ich sehe gerade noch um 8 uhr hatten wir den verbraucherpreis index in deutschland wir hatten hier geplant einen rückgang von 0,8 wir schauen gleich mal noch auf die aktuellen daten hier drauf ich blicke bloß mal kurz auf meinen vierten monitor um mir die nachrichten hier mal reinzuholen mit den klaren zahlen um 8 uhr was hatten wir die prognose war ein minus von 0,8 und der verbraucherpreis index ist tatsächlich auch um 0,8 prozent zurückgegangen preisauftrieb sieht ein bisschen anders aus dass also hier zum vormittag mit den oder zum laufenden tag mit den wichtigsten relevanzen wir bekommen dann am nachmittag noch ein paar informationen beziehungsweise mit der relevanz nummer zwei ein paar zusätzliche informationen zum thema einkaufs manager index wir sehen dass hier also heute der vormittag einkaufs index manager index um 9.30 uhr ist alles da um 13 uhr spricht mal wieder ein mitglied der britischen notenbank um 13 uhr 50 bekommen wir ähnliches aus den usa das ist hier wichtig interessant wird sein was die erstanträge auf arbeitslosenhilfe aus den usa und sagen die bekommen wir auch um 14 uhr 30 ich gehe mal nicht davon aus dass es da überraschungen geben wird also das hier die wichtigsten themen für den heutigen tag mit der bitte auch wenn jemand andere währungspaare tradet dann bitte auch immer auf die entsprechenden nachrichten der währungspaare schauen weil das ist natürlich wichtig da kann einiges an bewegung hier in die märkte kommen um solche nachrichten herum gut dann würde ich sagen gehen wir mal weiter hans rolf auch von meiner seite her guten morgen hier bekomme ich gerade noch eine frage hans du schreibst wie geht es mit siltronic ag weiter wir gucken hier in den morning briefings mit ticmel immer in den forex bereich beziehungsweise in indizes und währungen von der seite her kann ich hier leider keine informationen zu aktien unternehmen geben schauen wir nun in die charts hinein ich öffne gleich mal noch den ticmel trading desk hier mit dem stereo trader add-on oben drinnen und wir gehen direkt in den markt rein wir fangen an mit dem cable hier im tages chart das ist wichtig zu sehen was hier passiert jetzt müssen wir noch mal schauen der hängt gerade ziehen gerade die kurse kurzen augenblick und dann geht das gleich hier weiter mit den charts hier haben wir die stunde jetzt schalten wir nach oben in den tag und was haben wir hier gesehen wir haben die letzten tage eine sehr sehr schöne rallye gesehen im währungspaar im hebel heißt wir hatten unten diesen starken schub nach unten hin gesehen mit dem boden um die marke von 1 27 8 in etwa hier ging der markt dann hoch das ist alles geschichte das haben wir gesehen gestern dann hier wie soll ich sagen erst in 3d schwäche dann in 3d stärke dann wieder zurück wo wir her gekommen sind hin und her da kann jetzt beides draus werden auf der einen seite könnte hier natürlich die stärke zurückkommen in dem moment wenn die stärke zurückkommt müssen wir einfach mal schauen was oben hin passiert wir haben hier selbstredend das tages hoch von gestern um die marke von 1 31 0 94 kurz daneben haben wir hier auch noch ein tages hoch liegen was möglicherweise relevanzen haben könnte von 1 31 1 4 2 das sind werte die wir hier wenn es nach oben geht relativ schnell abfrühstücken kann geht es dann dynamisch weiter noch nach oben dann können wir mittelfristig sicherlich den blick oben rein in die widerstandslevel bei 1 32 1 7 4 beziehungsweise danach bei 1 32 6 richten das ist dann hier für das swing trading denke ich mal auch interessant wenn es weiter nach oben gehen sollte das ist die eine seite da muss natürlich die stärke zurück auch in den markt kommen auf der anderen seite kann es hier jetzt natürlich auch im kurzfristigen bereich selbstredend nach unten gehen da müssen wir hier auf das tagestief von gestern schauen weil das was hier gestern an schwäche gekommen ist fand hier wir sehen es bei 1 30 1 0 2 ihren boden beziehungsweise ein ende bevor die kurse wieder nach oben ging wird das ganze nach unten unterschritten dann ist erst einmal eine ganze weile luft im platz hier wenn wir uns gleich den untergeordneten trendverlauf der stunde anschauen werden wir sehen so einen kleinen staubereich der als unterstützung gelten könnte liegt um die marke von 1 28 hier um des tagestief hier rum ich lese nochmal kurz unten drin das low lag bei 1 28 958 also in diesem dreh hält das nicht ist der weg nach unten hin wieder weiterhin offen tief hier wie schon gesagt um die 1 27 800 könnte als support gelten wir schauen uns das ganze selbstredend jetzt noch mal im stundentrend an weil im stundentrend ist noch nichts passiert das sieht das bild hier auf tagesbasis anders aus da könnte man eher denken na gut jetzt bricht der markt nach unten weg wenn wir uns allerdings den trendverlauf der stunde angucken ist das nur eine korrektur ne wir sind ja gestern hier runter gelaufen dann hochgelaufen jetzt laufen halt runde der aufwärtstrend in der stunde der ist noch intakt und das ist das was ich gemeint habe wenn wir hier die stärke wieder sehen hier dieser aufwärts schwung der hier reingekommen ist der ist ja weiterhin da und da spielt natürlich hier das tagestief von gestern eine große Rolle wenn das unterschritten wird dann bricht dieser aufwärtstrend und das ist dann eher ein indiz dafür dass wir tiefere kurse sehen und wie schon gesagt diese marke hier unten um die 1 28 hier unten wo wir es liegen haben die 1 28 958 also in diesem dreherum ist hier ein korrektur tief in diesem stundenaufwärtstrend gewesen und das könnte durchaus für gewissen halt auch sorgen wenn nicht das nächste support level haben wir im tageschart unten auch gesehen heißt hier werden wir irgendwann eine entscheidung bekommen aufwärtstendenzen heißt wir blicken eher auf die oberseite geht es hier runter dann favorisieren wir gerade im kurzfristigen bereich eher die seite hier nach unten nächster chart schauen wir rein und zwar britischer fund japanischer yen das an der stelle auch wieder im tageschart zu sehen wir haben da gestern schon mal ganz kurz reingeblickt die interessante situation ist im laufe des gestrigen tages auch entstanden hier ist der britische fund japanische yen ja das sieht mir so ein bisserl aus wie latente schwäche aber noch kein bärisches zeichen das heißt wir müssen hier jetzt einfach mal schauen wie es kurzfristig weitergeht was wir hier im chart sehen ist der aufwärtstrend der sich nach diesem spike nach unten gebildet hat wir haben hier das zwischenhoch auch rausgenommen der trend hier ist weg das heißt dieser dynamisch nach unten laufende trend der ist halt weg hier die lange 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 bewegung hier war ein zwischenhoch aus der korrektiven phase da ist der markt rüber danach direkt in die korrektur das hatten wir ja um die marke von 14986 hat sich hier der das korrektur tief auch ausgebildet und gestern sind wir halt oben drüber über diese marke von 144 84 gelaufen das ist das aktuelle trend hoch gewesen das heißt rein aus technischer natur hat sich dieser trend hier fortgesetzt nun kommt entweder korrektur oder schub nach oben das ist ja logisch wir müssen jetzt einfach nur schauen was der markt hier macht und das ist jetzt interessant mit blick zur oberseite haben wir das nächste widerstandslevel hier drüben um dieses korrektur hoch bei 145 8 liegen heißt also da kann der markt durchaus auch in der laufenden bewegung noch anlaufen weil es ist jetzt keine überdehnende bewegung das potenzial ist schon noch da wenn dann schwäche reinkommt gut reden wir anders vielleicht geht es auch oben drüber mit blick nach unten wenn wir hier nach unten schwäche rein bekommen und sich ein abwärtstrend der stunde hier nach unten hin bildet dann müssen wir einfach schauen wo ist der nächste support hier und da sehen wir wieder den verlauf der stunde 142 471 über den daumen haben wir einen und hier selbstredend die korrektur kann ja tief laufen 140 986 das aktuelle trend tief und auch hier wie immer den blick in die stunde und da sehen wir was ich auch gerade im tagesschart auch angedeutet hatte wir haben hier eine sehr sehr weite bewegung in diesem stunden trend und diese bewegung an sich ja ist auch ein bisschen trendförmig gelaufen wir hatten gestern hier mit unterschreiten dieser marke hier dieses tiefs ich klemm da einfach mal hier unten was drunter so hier da haben wir es das ist die marke gewesen die hier als korrektur tief galt von diesem korrekturschub also von diesem schwung nach oben hier hat der markt einfach luft geholt und das ist so ein bisschen ein zeichen dass der markt hier mit schwäche reagiert hat er hat zwar wieder hochgedreht aber hier oben kam keine kaufdynamik mehr rein das heißt wir haben hier oben im doppeltop und wenn wir jetzt die situation weiter verfolgen dass sich hier an dieser stelle ein abwärtstrend bildet das wäre dann das muss ich jetzt rot machen sonst fehlt der kontext zum grünen übergeordneten aufwärtstrend dann haben wir hier selbstverständlich einen abwärtstrend der hier die korrektive phase einleiten könnte das heißt hier so schaut der ganze spaß dann aus das heißt wir liegen ja jetzt momentan naja in dem bereich hier unten wir sind technisch auch unten drunter gelaufen heißt setzt sich das ganze jetzt fort an dieser stelle dann haben wir eher die dynamik nach unten da kann man diesen trend schön korrektiv nach unten rein gehen wie schon gesagt hier ein kleiner support um die 142 47 bevor wir dann hier unten die 140 986 als trend tief mit anlaufen können und da muss man dann selbstverständlich sehen wie es weitergeht bricht es drunter ist natürlich diese geschichte hier auch weg dann ist der aufwärtstrend gebrochen aber da müssen wir heute noch nicht drüber reden wir haben genug potenzial für die korrektive phase erst mal und wenn es dann zum trend pro kommt schauen wir wieder rein ansonsten gucken wir dass wir die geschichte wenn die korrektur zu ende ist möglicherweise wieder in die langen richtung schrägen wir können ja im trend spielen wie es uns der markt auch zeigt und damit zum dritten punkt für heute ein index hier und zwar der kakaran franz hier aus frankreich der index auf tagesbasis hier auch wieder im system stehen lütger auch von mir einen schönen guten morgen und hier gucken wir uns mal den chart noch mal genauer an ich schaue mal ganz kurz ob ich hier auf die schnell noch die runden marken raus bekomme weil die brauchen wir jetzt hier definitiv nicht was sehen wir hier in diesem markt eigentlich und auch uneigentlich was sehr 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 schön ist wir sehen hier wirklich die bullen ordentlich am werkeln wir haben hier übergeordnet selbstredend diesen großen abwärtstrend gehabt hier haben wir die bewegung des abwärtstrends gehabt dann hat sich hier drüben der aufwärtstrend gebildet und da hat sich schön stück für stück erst einmal über den bewegungstrend gearbeitet hier über die marke von 4935 wunderbar gebrochen zack nach oben schöne dynamische bewegung dann haben wir eine feine korrektur gesehen die hat hier auch an diesem ausbruchslevel kurz oben drüber halt gemacht bei 4400 entschuldigt bei 4944 punkten haben wir das tief gehabt das heißt das ist das aktuelle korrektur tief gestern sind wir dann hier oben drüber gelaufen über das korrektur hoch des großen abwärtstrends der übergeordnet liegt das ist ein hervorragendes zeichen und jetzt läuft der markt hier sogar weiter wir haben hier oben noch so ein bisschen widerstandslevel um die marke hier haben wir das nächste hoch den nächsten markanten hochpunkt in diesem abwärtsschub nach unten hier um die marke von 5200 punkten bzw hier drüben haben wir das bruchlevel also hier in diesem bereich haben wir einen widerstand liegen der als widerstand arbeiten könnte dann wird eine korrektive phase sehen da müssen wir dann nach unten schicken und das tagestief von gestern da haben wir das low gehabt bei 5158 bzw liegen dann noch ein paar tagestiefs unten drunter hier namentlich das nächste dann die 5135 punkte da muss man sehen was wird ansonsten wenn diese dynamik sich sehr sehr schön nach oben weiterentwickelt wenn wir es schaffen hier drüber zu laufen auch über diesen über diesen bruchbereich hier wo sich dieser große trend nach unten weiter geschoben hat dann wird es natürlich zeit sich weiter nach oben zu orientieren möglicher nächster anlaufpunkt hätten wir hier oben die marke von 5300 und 28 punkten das im tagestart nach oben hingesehen und das ganze schauen wir uns auch noch mal im stundentrend auch an weil wir haben ja jetzt im tageschart das haben wir gesehen eine relativ weit gelaufene bewegung und da können wir sollte eventuell eine umkehr kommen natürlich sehr sehr schnell sehen was dann passiert wir müssen jetzt einfach hier nur das tagestief von gestern im blick halten weil das tagestief von gestern das ist hier der aktuelle korrektur bereich das heißt das aktuelle korrektur tief hier unten in diesem aufwärts gerichteten stundentrend wenn der markt hier wegbricht dann geht natürlich die korrektive phase nach unten weiter ansonsten haben wir hier schön die bewegung am weiterlaufen nach oben hin hier kann man natürlich im kurzfristigen bereich auch wenn schwäche rein kommt hier die korrektur dieser bewegung traden hier gibt es eine menge menge spielfeld für die trader die auch im kurzfristigen bereich agieren das ganze hier im französischen aktien index so Elena du fragst was für ein chart ich hoffe mal du meinst jetzt hier den chart den ich besprochen habe das ganze hier als frage hoffe ich dass das gelegen kam Remu einen schönen guten morgen weitere fragen sehe ich jetzt hier an dieser seite nicht das heißt von dieser stelle gehen wir heute in den handelstag morgen ist freitag da kleine vorausschau für morgen haben wir im edukativen teil das thema daytrading ich mache hier eine dreiteilige webinar reihe die webinare werden sich stück für stück aneinander anräumen wir schauen zuerst auf das thema der daytrader dann schauen wir auf das thema der swingtrader und dann diejenigen die das trendtrading entsprechend betreiben das sind drei verschiedene handelsansätze und die werde ich hier in den edukativen parts hier sozusagen weiter mit ihnen besprechen ansonsten geht es dann morgen natürlich in die vorschau für die nächste woche was die nachrichten angeht und wir machen den chart check der großen indizes und elena keine aussage eine aussage keine frage passt also hier der chart vom französischen aktienindex wirklich es ist ein traum und hier kann man wirklich einfach mal wieder sagen es gibt einen grund warum ich mit trends arbeite wie viele viele andere erfolgreiche trader auch weil die trends verraten uns was gerade los ist die zeigen uns was die marktteilnehmer machen wo wir rein können wo absicherungspunkte sind das sind hervorragende mittel um unsere trades zu bestimmen deswegen schauen wir hier jeden tag auch rein und wenn wir sowas hier sehen es macht einfach spaß unheimlich viel spaß gestern im wti schaut euch das mal an wir haben gestern im wti darüber gesprochen das kleine setzt sich jetzt nach oben fort das sind einfach so schöne sachen die wir aus den märkten raus ziehen können und das macht mir freut ich hoffe jeden morgen gibt es da auch schöne sachen hier an dieser stelle also in diesem sinne allen einen wunderbaren donnerstag bis morgen tschüss